Ich mag Menschen sehr, sehr gerne und ich finde die Diversität, die wir haben, alle mit unseren eigentlichen, mit unseren individuellen Fähigkeiten und Talenten, die ist eine ganz große Chance. Und manchmal braucht es nicht viel anderes, als einen Rahmen zu schaffen, einen Tisch zu schaffen, einen Vortragsraum, ein Barcamp, um ganz, ganz viele unterschiedliche Leute einfach zusammenzubringen und dann zu gucken, was passiert. Da können ganz tolle Dinge daraus kommen. Sollte A 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 Vielen Dank.